yo leute willkommen hier auf meinem kanal und wir spielen weiter bei warcraft 3 ich bin ja dann silbermonds untergang silbermoon kapitel 5 ich bin ein bisschen müde ich war gestern sehr lange wach und bin heute morgen relativ früh wieder aufgestiegen aufgestanden und ich hoffe dass ich das trotzdem hinkriegt habe einen kaffee am start und wir haben uns jetzt das letzte mal durch die elfen tore gekämpft und wenig später am rande der elfenhauptstadt silbermoon da bereiten wir den angriff vor und schauen wir mal was da passiert ein auftraggeber ich fragte mich schon wann ihr auf kreuzen würdet ich bin hier damit ihr eure arbeit macht kleiner mensch nicht um sie euch abzunehmen ich komme auch allein zum sonnenbrunnen schreckenslord lasst euch warnen das ist ein quellen mystischer energie der den elfen ihre unsterbliche macht verleiht sie werden ihn nicht so einfach preis geben ob er wohl vermutet dass ihr mich unterstützt habt totenbeschwörer ich bin sicher er vermutet eine menge es liegt ihm im blut mit dem schlimmsten zu rechnen doch nun wappnet euch die stunde meiner wiedergeburt rückt näher ja dieser junge man unterstützt uns ja und zwar im geheimen also das weiß nicht jeder so wir haben jetzt hier auf jeden fall genug arbeiter in der mine sonst bin ich mal gespannt hier upgrades starten wir direkt von anfang an ich wünsche nur zu dienen ich will auf jeden fall ich will auf jeden fall noch mal ein paar türme hinzufügen kümmern wir zuerst mal hier um die kleine so turm reparatur eingeleitet das gute ist ich schieße jetzt nur auf den turm und nicht auf meine einheiten super aufgestiegen so neue dann haltet nach ihren boten ausschauen niemand darf durch ja ok niemand darf durch so jetzt müssen wir erst mal ein paar gebäude hinsetzen die beschwörung ist abgeschlossen und so und da und dann geht es wieder zurück ja ein paar einheiten organisieren hier ähm neue fähigkeit vom arters Achtung tote beleben lässt in einem gebiet sechs tote einheiten auferstehen die 40 sekunden lang für den todesrotter kämpfen beliebte beliebte einheiten sind unverwundbar achso ok mhm das mag sein dass die elfen truppen schicken in der zeit besuchen wir mal ein bisschen was auf der karte oh unsere gargoyles aus north rent könnten hier von nutzen sein die bestien können die boten auf der hauptstraße erspähen ah ok darum geht es ich soll boten boten quasi fangen oder abfangen also wäre es ganz gut wenn ich die natürlich auch verbessere hier das bringt den gargoyles mehr schaden ausbau abgeschlossen ausbau abgeschlossen so dann gucken wir in der zeit mal hier so ein bisschen durch endlich und die die jungs lege ich mir mal auf die zwei ich habe das ungute gefühl dass der boote andere wege läuft ich wünsche nur zu dienen vorsicht die beschwörung ist abgeschlossen ah sieht auch ganz gut aus immer ganz gut wenn man so einen nochmal am start hat die beschwörung ist abgeschlossen so niemand erteilt mir befehle so ich mag die äh endlich die toten beschwörer ganz gerne ich glaube hier drüben kommen wir nicht weiter weil ähm die elfen sind hier gehen wir jetzt nur mal nur bis zu den türmen also verteidigungstürme ja da kommen sie schon da greife ich erst an wenn ich ähm katapulte noch am start habe so ne das nicht ich möchte das und ich möchte kraftbestien vorsicht und mehr gold brauche ich mhm 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 auf jeden fall ne neue mine das ist schon besser frost moon hat hunger so endlich vorsicht die zwei auch noch mit da haben wir uns die schlagkraft grad schon wieder erhöht Katapulte die borschung ist abgeschlossen sprecht dummkopf ah endlich gar hüllen ah die kann ich bauen wenn nicht stimmt das habe ich jetzt eben nur so am rande gesehen kann ich hier ne hier im friedhof bauen in der kuf bauen da brauche ich aber das hier auf stufe 2 vorsicht das ist schon besser frost moon hat hunger das ist schon besser mhm ich schläfe aber da hier ich möchte das das hier alles dahin läuft und finde ich das auch wieder so wunderbar von der pull dabei ja die skelette sind jetzt länger erhaltbar das habe ich gerade geupgradet mehr gold erforderlich euer befehl sprecht dummkopf ah endlich so ok hier geht es jetzt schon los mit der mit den türmen dann würde ich jetzt gleich schon mal auf mein katapult warten und dann geht es los ich stelle mal auf mein katapult ich stelle mal auf mein katapult bleib da wo du bist ich stelle mal hier schon dahinter Wunderbar Was? Silbermund-Booten sind fehlgescharf Oh Oh, 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 schnell weg Das ist schon besser Frostmone hat Hunger Oh, der optionale Quest habe ich nicht geschafft Keiße Dieser dreckige Zauberer hat mir meine Beschwörer getötet So, das war einmal nichts hier Sprecht, dumm Kopf Endlich Okay Also da drüben wird es ganz schön unangenehm So, ja, einen optionalen Quest habe ich jetzt irgendwie nicht geschafft Es ist mehr Gold erforderlich Keine Ahnung warum, das sind ja meine Gargünnen Oh, toll Die hier können gegen Luft was machen Na ja, komm Unsere Streitkräfte werden angegriffen Nein, ihr sollt nicht angreifen Luftanheiten sind immer so schnell kaputt Na ich glaube ich muss hier oben doch das blaue Das dunkelblaue erstmal angreifen Ist ja nur anscheinend so eine kleine Siedlung Siedlung Ja, fliegen wir mal zurück Dann baue ich auf jeden Fall nochmal einen Katapult Sprecht, dumm Kopf Sprecht, dumm Kopf Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle Endlich So Na gut Dann machen wir das so Dann machen wir das so Was ist es diesmal? Vorsicht Das ist schon besser Frostmohn hat Hunger Okay, hier komme ich auf jeden Fall auch über die Brücke drüber Muss nicht so Doof hinter der Brücke kämpfen Hoffe hier oben ist nochmal so ein ähm ein Golddepot oder sowas Frostmohn hat Hunger Frostmohn hat Hunger Ah Endlich So Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle Das ist schon besser So, so geht's da Kein Problem Sprecht, dumm Kopf So Der Turm ist kaputt Was ist es diesmal? Noch ein Turm? Nö Erst da hinten wieder Sprecht, dumm Kopf Oh, 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 oh Da kommt ein Kapitän, okay So Was ist es diesmal? Was ist es Schattens Begehr? Jawohl, das sieht auch ganz gut aus Und noch ein paar Untote hier gezogen Skelettis Und dann geht's ab Und dann geht's ab So, gibt's hier noch Türme? Hier drüben Ja, wie gesagt, die möchte ich halt immer ganz gerne mit den Katapulten ausschalten Wenn man, äh, Verluste vermeiden kann, möchte ich das tun So Oh Es ist mehr Gold erforderlich Hier oben scheint die Bude von der Windrunner zu sein und unten von diesem Magier Das ist der Magier, der, äh, die Jaina Braut mal losgeschickt hat, wenn ich das richtig gesehen hab So, das sieht auch ganz gut aus Ist hier noch irgendwo ein Gebäude, ah, hier, das sollte ich als erstes zerstören Erteilt mir Befehle Was ist des Schattens Begehr? Ne, dass da wieder die, äh, Bodenschütze hinkommt Forschung abgeschlossen Was ist es diesmal? Ah ja, forschen, forschen, forschen Ich beuge mich eurem Wille So, dann holen wir auch gleich schon mal meinen, ähm, Baumeister Der wird mir da gleich schöne Dienste leisten können Und zwar hier oben eine neue Mine bauen Was, wenn man gleich will das castle하 family bauen Das , okay Mein schicksal ist besiegelt Sprecht, dummkopf So, da bist du ja schon. Jawohl. Tja. Das ist natürlich hart, ne? Beweglichkeit plus 3, das ist für den Held nicht so wichtig. So, dann marschieren wir erstmal zurück. So, und ich brauche hier Akolyten, 4 Stück. So, machen wir mal den fliegenden Wechsel. Toll, jetzt sind meine ganzen Spinnen hier oben. Nein, nein, nein. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Ich kann die auch schön einnetzen hier. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich wünsche nur zu dienen. Die Verdammten stehen mit Freuden. Mein Schicksal ist besiegelt. Mehr Gold erforderlich, na gut. Aber ich produziere jetzt ordentlich Gold. Das dürfte kein Problem sein. Das wird die Nummer 2 hier. Die Katapulte. Das ist halt die Nummer 1. Endlich. Endlich. Ah, endlich. Das ist schon besser. Ja, und das. Ja, nochmal der Rest alle zusammen. Okay. So. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Upgrades laufen. Hier kann ich Benjis ausbilden. Ah ja, die können verfluchen. Das ist doch schon mal was. Niemand erteilt mir Befehle. Moment. Da fehlen doch noch Einheitssystem. Die Toten sollen dienen. Ich dachte schon. Ich bin ein Lichtkönig. So. Ich bin ein Lichtkönig. Ich bin ein Lichtkönig. Ich bin ein Lichtkönig. So. Ich bin ein Lichtkönig. Ich bin ein Lichtkönig. So. Ah, cool. Das ist noch nicht repariert worden. Sprecht, Dummkopf. Was ist des Schattensbegehren? Die sollen dienen. Fasziniert. Schön hier. Nein, 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 nein. Na komm. So. Jawohl, da haben wir doch schon mal einen Fuß in der Tür. Speichern wir mal. Und ich mache jetzt mal hier einen kurzen Break, weil das ein ganz cooler Cliffhanger ist. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hahaha. Ist das gemein, ne? Macht's gut, Leute. Ciao.